Die Bruce-Partington-Pläne In der dritten Novemberwoche des Jahres 1895 Lagerte dichter gelber Nebel über London Ich zweifle, ob es in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag Überhaupt möglich war, aus unseren Fenstern in der Baker Street Die Umrisse der gegenüberliegenden Häuser zu erkennen Den ersten Tag hatte Holmes mit Vergleichsarbeiten An seinem großen Nachschlagewerk verbracht Der zweite und dritte Tag wurden geduldig einem Gegenstand gewidmet Den er unlängst unter seine Hobbys aufgenommen hatte Der mittelalterlichen Musik Aber dann, am vierten Tag Wir hatten unsere Stühle vom Frühstückstisch zurückgeschoben Und sahen, dass draußen noch immer die schmierigen, schweren, braunen Wirbel trieben Und sich an den Scheiben in ölige Tropfen niederschlugen Konnte die ungeduldige, aktive Natur meines Freundes Das gelblich-graue Dasein nicht länger ertragen Rastlos durchmaß er das Wohnzimmer Fiebrig vor unterdrückter Energie Kaute Nägel, klopfte gegen die Möbel Wütete gegen die Tatenlosigkeit Nichts Interessantes in der Zeitung, Watson? Fragte er Ich war mir bewusst, dass Holmes Und nahm die rastlose Zimmerwanderung wieder auf Der Londoner Verbrecher ist ein wahrhaft stumpfsinniger Bursche Sagte er in dem streitsüchtigen Ton eines Sportsmannes, der sein Spiel verliert Schauen Sie aus dem Fenster, Watson Sehen Sie, die Gestalten werden kaum erkennbar Und tauchen gleich wieder in dem düsteren Nebel unter Diebe und Mörder können an solchen Tagen London durchstreifen wie Tiger den Dschungel Unbemerkt schlägt die Klaue zu Die Tat wird erst am Opfer offenkundig Es hat, sagte ich, eine Reihe armseliger Einbrüche gegeben Holmes schnaubte verächtlich Diese weite, dunkle Bühne ist größerer Dinge würdig Es ist ein Glück für das Gemeinwesen, dass ich kein Verbrecher bin In der Tat, das stimmt, sagte ich aufrichtig Angenommen, ich wäre Brooks oder Woodhouse oder einer der fünfzig Männer, die mir mit gutem Grund nach dem Leben trachten Wie lange könnte ich eine Verfolgung nach meiner Art überleben? Eine Vorladung, eine fingierte Verabredung und es wäre aus Es ist gut, dass sie in den lateinischen Ländern keine Nebeltage haben Den Ländern des Meuchelmords Beim Jupiter, da kommt doch noch einer unserer tödlichen Monotonie zu unterbrechen Es war das Mädchen mit einem Telegramm Holmes riss es auf und fing laut zu lachen an Gut, gut, was denn noch, sagte er Bruder Mycroft kommt vorbei Warum nicht, fragte ich Warum nicht, das ist ein Ereignis, als begegnete ihnen ein Straßenbahnwagen auf der Landstraße Mycroft läuft in seinen eigenen Gleisen Seine Wohnung in der Paul Mall, der Diogenes Club Whitehall, das ist der Kreis, den er ausschreitet Einmal und nur ein einziges Mal war er hier Was mag ihn aus dem Gleis geworfen haben? Erklärt er nichts? Holmes drückte mir das Telegramm seines Bruders in die Hand Muss dich wegen Cadogan West sehen Komme gleich, Mycroft Cadogan West? Den Namen kenne ich Mir sagt er nichts Aber dass Mycroft derartig aus der Rolle fällt Da könnte auch ein Planet seine Bahn verlassen Wissen Sie, was Mycroft treibt? Ich hatte eine vage Erinnerung, dass mein Freund es mir zur Zeit unseres Abenteuers mit dem griechischen Übersetzer erklärt hatte Sie sagten mir, er bekleide ein kleines Amt bei der britischen Regierung Holmes kicherte Ich kannte sie damals noch nicht so gut Über hohe Staatsangelegenheiten zu sprechen bedeutet, dass man Diskretion wahren muss Sie denken richtig, wenn sie vermuten, er sei bei der britischen Regierung beschäftigt Sie hätten aber in gewisser Weise auch recht, wenn sie sagten, er ist zuweilen die britische Regierung Mein lieber Holmes Ich dachte mir, dass es sie in Erstaunen versetzen würde Mycroft bezieht 450 Pfund im Jahr Verbleibt im Status eines subalternen Angestellten Hat überhaupt keine wie immer gearteten Ambitionen Wird weder Titel noch Ehrung empfangen Ist aber gleichzeitig der unentbehrlichste Mann im Lande Wie das? Nun, seine Stellung ist einmalig Er hat sie für sich selbst geschaffen Etwas ähnliches hat es vor ihm nicht gegeben Und wird es auch nie wieder geben Er ist mit dem feinsten, in höchster Ordnung arbeitenden Gehirn begabt, das bei Lebenden nur vorkommen kann Und dessen hervorstechendste Fähigkeit besteht darin, Fakten zu speichern Die gleichen großen Fähigkeiten, die ich für die Aufklärung von Verbrechen ausgebildet habe, setzt er für sein spezielles Amt ein Durch ihn gehen die Beschlüsse aller Departements Und er ist die Vermittlungszentrale, die Verrechnungsstelle, die die Bilanz zieht Alle anderen sind Spezialisten Sein Spezialgebiet ist Allwissenheit Nehmen wir einmal an Ein Minister benötigt Informationen etwa zu einem Problem, das die Marine Indien, Kanada und zugleich die Frage der Bimetalle berührt Über jedes könnte er getrennte Berichte von den verschiedenen Departements einholen Aber nur Mycroft kann sie übereinbringen und aus dem Stegreif sagen, wie jeder Faktor auf den anderen einwirkt Anfangs nutzten sie ihn als Abkürzungsweg, weil es für sie so bequemer war Mittlerweile hat er sich unentbehrlich gemacht In dem einmaligen Hirn, das er besitzt, liegt alles in dem ihm zukommenden Fach Und es kann im Nu abgerufen werden Wieder und wieder hat sein Wort die nationale Politik entschieden Darin lebt er Er denkt nichts anderes, außer wenn ich mich an ihn wende und ihn für eines meiner kleinen Probleme um Rat bitte Was er dann als eine Geistesübung betrachtet Heute aber steigt Jupiter herab Was in aller Welt kann das bedeuten? Wer ist Cadogan West und was bedeutet er für Mycroft? Ich hab's, rief ich und tauchte in die Zeitungen, die auf dem Sofa herumlagen Ja, ja, hier hab ich ihn, das ist er sicher Cadogan West, den Mann hat man am Dienstagmorgen tot in der Underground gefunden Holmes richtete sich gespannt auf Die Pfeife blieb auf halbem Weg zu den Lippen hängen Das muss ernst sein, Watson Ein Tod, der meinen Bruder zur Änderung seiner Gewohnheiten veranlasst, kann kein gewöhnlicher sein Was um alles in der Welt mag er damit zu schaffen haben? Ein unbedeutender Fall, wie ich mich erinnere Der junge Mann ist offenbar aus dem Zug gefallen und dabei zu Tode gekommen Er war nicht beraubt und es gab keinen besonderen Grund, Gewalteinwirkung anzunehmen War es nicht so? Es hat eine Voruntersuchung stattgefunden, sagte ich Und dabei ist eine ziemliche Menge neuer Tatsachen ans Licht gekommen Wenn ich sie näher betrachte, möchte ich doch sagen, die Sache scheint eigenartig Wenn ich die Wirkung auf meinen Bruder bedenke, komme ich zu dem Schluss, dass es ein ganz außerordentlicher Fall sein muss Er machte es sich in seinem Lehnstuhl bequem Nun, Watson, gehen wir die Fakten durch Der Mann hieß Arthur Cadogan West Er war 27 Jahre alt, nicht verehelicht und Angestellter im Arsenal von Woolwich Ein Regierungsamt, beachten Sie die Verbindung mit Bruder Mycroft Montagabend hat er Woolwich plötzlich verlassen Zuletzt wurde er von seiner Verlobten, Miss Violet Westbury, gesehen Die er an dem Abend, es war sehr neblig, um 19.30 Uhr plötzlich verließ Es hatte zwischen ihnen keinen Streit gegeben Und sie kann für seine Handlungsweise keinen Grund nennen Das nächste, was über ihn bekannt wurde, war die Entdeckung des Leichnams Durch einen Schienenleger namens Mason Im Bereich der Underground von London, kurz hinter der Aldgate Station Wann war das? Der Tote wurde am Dienstagmorgen um sechs gefunden Er lag auf dem Schotter, neben dem linken Gleis, das nach Osten führt Ziemlich nahe beim Bahnhof, wo die Linie aus dem Tunnel tritt Der Kopf war arg zugerichtet Eine Verletzung, die sehr wohl von einem Fall aus der Bahn herrühren konnte Nur durch einen Fall aus der Bahn kann die Leiche neben das Gleis geraten sein Hätte man sie aus einer der Straßen der Gegend dorthin tragen wollen Dann hätte man mit ihr die Sperre am Bahngleis passieren müssen An der immer ein Kontrolleur steht Also, der Punkt scheint absolut klar zu sein Sehr gut, der Umstand ist hinreichend geklärt Der Mann fiel, tot oder lebendig, von selber aus dem Zug Oder er wurde hinausgestürzt So viel weiß ich nun Erfahren sie fort Die Züge auf diesem Gleis, neben dem die Leiche gefunden wurde Fahren von West nach Ost Einige sind reine Stadtbahnen Andere kommen von Wilston Und außerhalb liegenden Umsteigebahnhöfen Man kann als sicher annehmen, dass der junge Mann Als ihn der Tod ereilte Zu einer Zeit am späten Abend In der angegebenen Richtung fuhr Aber auf welcher Station er eingestiegen ist Lässt sich unmöglich sagen Seine Fahrkarte würde es bestimmt verraten In seinen Taschen fand sich keine Fahrkarte Keine Fahrkarte? Lieber Himmel Watson, das ist wirklich einmalig Nach meinen Erfahrungen kann man unmöglich auf einen Bahnsteig der Stadtbahn gelangen Ohne seine Fahrkarte vorgewiesen zu haben Vermutlich also hat der junge Mann eine besessen Hat man sie ihm weggenommen, damit niemand erfährt, auf welcher Station er eingestiegen ist? Vielleicht Oder hat er sie im Zug verloren? Das ist auch möglich Dieser Punkt erregt mein Interesse Wenn ich sie recht verstanden habe, so lagen keine Anzeichen für Raub vor Es hat den Anschein Hier gibt es eine Liste seiner Sachen Die Börse enthielt 2 Pfund 15 Schilling Er trug ein Scheckbuch der Zweigstelle Woolwich, der Capital and Counties Bank, bei sich Danach hat man seine Identität festgestellt Außerdem fanden sich zwei Eintrittskarten für den ersten Rang des Theaters in Woolwich Für eben den Abend gültig Dann war da noch ein Päckchen mit technischen Papieren Holmes entfuhr ein Ausruf der Befriedigung Endlich haben wir es, Watson Britische Regierung, Arsenal von Woolwich Technische Papiere, Bruder Mycroft Die Kette ist vollständig Aber da kommt er, wenn ich nicht irre, um für sich selber zu sprechen Einen Moment später wurde die hohe stattliche Gestalt von Mycroft Holmes ins Zimmer geführt Wuchtig und massiv gebaut Vermittelte sie den Eindruck körperlicher Trägheit Aber über der schwerfälligen Figur thronte ein Haupt mit einer so meisterlichen Stirn So wachsamen, stahlgrauen, tiefliegenden Augen So festen Lippen und so lebhaftem Minenspiel Dass man nach dem ersten Hinsehen den riesigen Körper vergaß Und sich nur der dominierende Verstand einprägte Ihm auf den Fersen folgte unser alter Freund Lestrade von Scotland Yard Dünn und streng Die Ernsthaftigkeit auf beider Gesicht sprach für gewichtige Fragen Der Detektiv schüttelte uns wortlos die Hand Mycroft Holmes kämpfte sich aus seinem Mantel und sank in einen Lehnstuhl Eine sehr lästige Angelegenheit, Sherlock, sagte er Es widerstrebt mir zutiefst, Gewohnheiten zu ändern Aber die Großkopfeten hätten eine Weigerung nicht akzeptiert Bei der gegenwärtigen Lage in Siam ist es höchst fatal, dass ich das Büro verlassen musste Aber es geht um eine wirkliche Krise Ich habe den Premierminister nie so außer Fassung gesehen Und erst die Admiralität Da summt es wie in einem umgestürzten Bienenstock Hast du alles über den Fall gelesen? Das haben wir eben getan Um was für technische Papiere handelt es sich? Das ist eben der Punkt Glücklicherweise wurde darüber nichts bekannt Sonst wäre die Presse wild geworden Bei den Papieren in der Tasche dieses unglücklichen Jünglings Handelt es sich um die Bruce-Partington-Pläne für die Unterseebootflotte Mycroft sprach mit einem Ernst Der vom Verständnis für die Bedeutung der Angelegenheit zeugte Sein Bruder und ich saßen erwartungsvoll Gewiss hast du von dem Projekt gehört Ich dachte, jeder Mensch weiß davon Nur den Namen Seine Wichtigkeit kann man kaum übertreiben Es ist das am eifersüchtigsten bewachte Staatsgeheimnis Du kannst es mir abnehmen Die Seekriegsführung wird innerhalb des Aktionsradios einer Bruce-Partington-Operation unmöglich Vor zwei Jahren wurde insgeheim eine große Summe vom Haushalt abgezweigt Und dafür ausgegeben, das Monopol an der Erfindung zu erwerben Die Pläne sind außerordentlich vertrackt Sie umfassen einige dreißig voneinander unabhängige Patente Die jedoch alle wesentlich sind, damit das Ganze funktioniert Sie wurden in einem komplizierten Safe in einem an das Arsenal angeschlossenen Geheimbüro Das einbruchssichere Türen und Fenster besitzt, aufbewahrt Unter unbegreiflichen Umständen sind die Pläne aus dem Büro entfernt worden Sogar wenn der Chefkonstrukteur der Marine sie einsehen wollte War er gezwungen, sich zu dem Zwecke in das Amt nach Woolwich zu begeben Und doch finden wir sie jetzt im Herzen von London In den Taschen eines toten kleinen Angestellten Vom behördlichen Standpunkt aus ist das einfach entsetzlich Aber ihr habt sie doch wieder erlangt Nein, Sherlock, nein, das ist ja der Haken an der Sache Wir haben sie nicht alle wiedergefunden Zehn Dokumente wurden aus Woolwich entwendet Sieben steckten in den Taschen von Cadogan West Die drei allerwichtigsten sind weg Gestohlen, verschwunden Du musst alles andere fallen lassen, Sherlock Kümmere dich nicht mehr um deine üblichen kleinen Verwirrspiele rund ums Polizeigericht Du musst ein lebenswichtiges internationales Problem lösen Warum hat Cadogan West die Papiere genommen? Wo sind die vermissten Dokumente? Wie starb er? Wie ist die Leiche an die bewusste Stelle gekommen? Wie kann das Übel entschärft werden? Finde die Antwort auf alle diese Fragen Und du erweist dem Land einen guten Dienst Warum klärst du sie nicht selber, Mycroft? Du siehst so weit wie ich? Schon möglich, Sherlock Aber man muss Details zusammentragen Besorg mir die Details Und ich gebe dir aus dem Lehnstuhl ein hervorragendes Expertenurteil Aber überall herumrennen Die Aufsichtsbeamten der Bahn ins Kreuzverhör nehmen Mich auf den Bauch legen mit einer Lupe vor dem Auge Das ist nicht mein Metier Nein, du bist der einzige Mensch, der die Sache aufklären kann Wenn du Vergnügen daran findest, deinen Namen auf der nächsten Auszeichnungsliste zu lesen Mein Freund lächelte und schüttelte den Kopf Ich spiele das Spiel um seiner selbst willen, sagte er Das Problem bietet einige Punkte, die des Interesses wert sind Und es wird mir gewiss Freude machen, einen Blick hineinzuwerfen Ein paar mehr Fakten bitte Ich habe auf diesem Blatt die wesentlicheren kurz notiert Zusammen mit den Adressen einiger Leute, die für dich von Nutzen sein werden Gegenwärtig ist mit der Aufbewahrung der Papiere Der berühmte Regierungsexperte Sir James Walter offiziell betraut Seine Auszeichnungen und sonstigen Titel füllen zwei Zeilen im Buch der Orden und Ehrungen Er ist im Dienste ergraut, ist ein Gentleman, bevorzugter Gast in den erhabensten Häusern Und über allem ein Mann, dessen Patriotismus jenseits allen Verdachts steht Er ist einer von zwei Männern, die den Schlüssel zum Safe besitzen Ich darf hinzufügen, dass die Papiere am Montag während der Dienststunden unzweifelhaft im Safe lagen Und Sir James hat das Amt gegen drei verlassen und seinen Schlüssel mitgenommen Den ganzen Abend des Tages, an dem der Zwischenfall geschah, hielt er sich in Admiral Sinclairs Haus am Barclays Square auf Ist der Umstand bestätigt worden? Ja, sein Bruder, Colonel Valentine Walter, bezeugt sein Weggehen aus Woolwich Und Admiral Sinclair sein Eintreffen in London Demnach scheidet Sir James als direkter Faktor aus Wer ist der Mann mit dem anderen Schlüssel? Der Bürovorsteher und Zeichner Mr. Sidney Johnson Ein Mann von 40, verheiratet, hat fünf Kinder Ein stiller, grämlicher Mensch Besitzt aber insgesamt gesehen einen exzellenten Ruf im öffentlichen Dienst Er ist nicht beliebt bei seinen Kollegen, aber ein harter Arbeiter Nach seiner eigenen Darstellung, die nur durch die Aussage seiner Frau bestätigt wird Ist er nach den Dienststunden den ganzen Montagabend zu Hause gewesen Und sein Schlüssel hing an der Uhrkette, an der er ihn immer trägt Erzähl uns von Cadogan West Er war zehn Jahre dort beschäftigt und hat gute Arbeit geleistet Er stand im Ruf eines hitzköpfigen und ungestümen, aber redlichen, aufrichtigen Mannes Wir haben nichts, das gegen ihn spreche Er arbeitete in Sidney Johnsons Nähe Seine Pflichten brachten ihn in tägliche Berührung mit den Plänen Kein anderer bekam sie in die Hand Wer hat die Pläne an dem Abend eingeschlossen? Mr. Sidney Johnson, der Bürovorsteher Nun, es ist sicherlich vollkommen klar, wer sie an sich genommen hat Sie wurden bei dem Angestellten Cadogan West gefunden Das scheint endgültig, nicht wahr? So ist es, Sherlock Und doch bleibt so vieles ungeklärt Vor allem, weshalb hat er sie entwendet? Ich nehme an, sie sind wertvoll Er hätte für sie leicht mehrere Tausend kriegen können Kannst du dir vorstellen, dass er sie aus einem anderen Grund nach London gebracht hat, außer um sie zu verkaufen? Nein, das kann ich nicht Dann müssen wir das als unsere Arbeitshypothese annehmen Der junge West steckte die Papiere ein Das konnte er nur tun, wenn er einen Nachschlüssel besaß Mehrere Nachschlüssel Er musste ja auch das Haus und den Raum öffnen Er besaß also mehrere Nachschlüssel Er fuhr mit den Dokumenten nach London, um das Geheimnis zu verkaufen Aber zweifellos stand es auch in seiner Absicht Dass die Pläne am nächsten Morgen, ehe sie vermisst wurden, wieder im Safe lagen Jedoch fand er in London bei dem verräterischen Unterfangen sein Ende Wie? Wir werden annehmen, dass er sich auf dem Rückweg nach Woolwich befand Als man ihn tötete und aus dem Abteil war Altgate, wo man die Leiche fand, liegt ziemlich weit hinter der Station nach London Bridge Von wo er nach Woolwich hätte abfahren müssen Viele Umstände sind vorstellbar, deretwegen er über London Bridge hinausgefahren sein könnte Vielleicht war jemand im Wagen, mit dem er in ein Gespräch vertieft war, das ihn völlig in Anspruch nahm Das Gespräch ging in gewalttätige Handlungen über, die ihn das Leben kosteten Möglicherweise versuchte er auszusteigen, fiel hinaus und fand so sein Ende Der andere schloss die Tür Es herrschte dicker Nebel, in dem nichts zu erkennen war Bei unserem gegenwärtigen Wissensstand könnte man keine bessere Erklärung geben Und doch bedenke, Sherlock, wie viel du unberührt gelassen hast Wir werden aus Gründen der Beweisführung unterstellen, dass der junge Cadogan West entschlossen war, die Papiere nach London zu schaffen Dann hätte er natürlich wegen der Verabredung mit einem ausländischen Agenten den Abend freihalten müssen Stattdessen besorgte er zwei Theaterkarten, begleitete seine Verlobte halbwegs dorthin und verschwand plötzlich Eine falsche Spur, sagte Lestrade, der mit ziemlicher Ungeduld der Unterhaltung lauschend dasaß Eine seltsame falsche Spur Das war Einwand Nummer 1 Nummer 2 Wir unterstellen einmal, dass er London erreicht und den Agenten trifft Er muss die Papiere vor dem Morgen zurückbringen oder der Verlust wird entdeckt Zehn Dokumente hat er mitgenommen, nur sieben befinden sich in seinen Taschen Was ist mit den anderen geschehen? Er wird sie bestimmt nicht aus freien Stücken aus der Hand gegeben haben Dann wiederum, wo ist der Lohn für den Verrat? Man hätte erwarten dürfen, in seiner Tasche viel Geld zu finden Für mich ist das alles sonnenklar, sagte Lestrade Es gibt nicht den geringsten Zweifel Er nahm die Papiere, um sie zu verkaufen Er traf den Agenten Sie konnten sich über den Preis nicht einigen Er machte sich auf den Weg nach Hause, der Agent begleitete ihn Im Zug ermordete ihn der Agent, steckte die wichtigsten Papiere ein und warf die Leiche aus dem Zug So wäre alles erklärt, oder nicht? Warum besaß er keine Fahrkarte? Die Fahrkarte hätte verraten, welches die dem Hause des Agenten nächstgelegene Station ist Darum wurde sie aus der Tasche des Ermordeten entfernt Gut, Lestrade, sehr gut, sagte Holmes Ihre Theorie ist in sich schlüssig Aber wenn das die Wahrheit wäre, ist der Fall zu Ende Einerseits, der Verräter ist tot Andererseits, die Bruce-Partington-Pläne sind vermutlich bereits auf dem Kontinent angelangt Was gäbe es da für uns noch zu tun? Zu handeln, Sherlock, zu handeln, rief Mycroft und sprang auf Alle meine Instinkte wehren sich gegen diese Erklärung Setze deine Fähigkeiten ein Such den Schauplatz des Verbrechens auf Sieh dir die Beteiligten an Dreh jeden Stein um In deiner bisherigen Laufbahn hattest du nie eine so große Chance, dem Land zu dienen Gut, gut, sagte Holmes mit einem Achselzucken Kommen Sie, Watson Und Sie, Lestrade, geben Sie uns für ein oder zwei Stunden die Ehre Ihrer Begleitung Wir beginnen unsere Nachforschungen mit einem Besuch bei der Oldgate Station Auf Wiedersehen, Mycroft Ich werde dir vorabend einen Bericht zukommen lassen Aber ich warne dich im Voraus Du hast wenig zu erwarten Eine Stunde später standen Holmes, Lestrade und ich auf dem Gebiet der Underground An der Stelle, wo die Züge gleich vor der Oldgate Station aus dem Tunnel treten Ein freundlicher, rotgesichtiger alter Herr vertrat die Bahngesellschaft Hier lag die Leiche des jungen Mannes, sagte er Und wies auf einen Platz etwa drei Fuß neben den Schienen Von oben kann er nicht heruntergefallen sein Denn, wie Sie sehen, sind dann nur nackte Mauern Er muss also aus dem Zug gefallen sein Und das muss, soweit wir es verfolgen können, ein Zug gewesen sein Der hier am Montag gegen Mitternacht passierte Wurden die Wagen auf Anzeichen von Gewalt überprüft? Nichts deutet darauf hin und man hat auch keine Fahrkarte gefunden Keine Meldung, dass eine Tür offen stand? Keine Bei uns hat heute Morgen ein neuer Zeuge ausgesagt, bemerkte Lestrade Ein Fahrgast, der am Montag 23.40 Uhr in einem fahrplanmäßigen Stadtzug über Oldgate Station fuhr, erklärte Einen schweren, dumpfen Schlag gehört zu haben So, als wäre ein Körper auf Schienen aufgeprallt Und das sei kurz vor dem Einfahren des Zuges in den Bahnhof gewesen Es herrschte jedoch dichter Nebel und nichts war zu erkennen Er hatte es nicht gleich gemeldet Aber was ist mit Mr. Holmes los? Mein Freund stand da, das Gesicht ganz gespannte Aufmerksamkeit Und starrte auf die Schienen, dort wo sie aus dem Tunnel hervortraten Oldgate ist ein Kreuzungspunkt mit einem Gewirr von Weichen Auf sie richteten sich seine eifrig forschenden Blicke Und ich entdeckte in dem begierig lauernden Gesicht mit den gestrafften Lippen Den bebenden Nüstern und den nachdenklich zusammengezogenen buschigen Brauen Anzeichen Die mir sehr vertraut waren Weichen, murmelte er Die Weichen Was soll damit sein, was meinen Sie? Ich nehme an, es gibt nicht allzu viele Weichen in einem solchen Verkehrssystem Nein, nur wenige Und dazu eine Kurve Weichen und eine Kurve Beim Zeus, wenn dem so wäre Worum geht's, Holmes? Haben Sie eine Spur? Eine Idee, einen Anhaltspunkt, nicht mehr Aber der Fall gewinnt ein Interesse Einmalig, wirklich einmalig Und doch, warum nicht? Ich kann keine Blutspuren entdecken Hier war fast kein Blut Aber war er nicht schwer verwundet? Knochen waren gebrochen, aber eine große äußere Verletzung war nicht vorhanden Und doch müsste man Blutspuren festgestellt haben Könnte ich vielleicht den Zug in Augenschein nehmen, in dem der Fahrgast war, der den dumpfen Fall im Nebel hörte? Ich fürchte nein, Mr. Holmes Der Zug wurde auseinandergekoppelt und die Wagen sind auf andere Züge verteilt worden Ich kann Ihnen versichern, Mr. Holmes, sagte Lestrade, dass jeder Wagen sorgfältig überprüft wurde Ich habe es selber beaufsichtigt Es war eine der offensichtlichsten Schwächen meines Freundes, dass er gegenüber einer weniger wachen Intelligenz Das habe ich mir gedacht, sagte er und wandte sich ab Ich wollte nicht die Wagen überprüfen Watson, hier haben wir das Mögliche getan Wir brauchen Sie nicht mehr zu belästigen, Mr. Lestrade Ich glaube, die Untersuchung muss uns nun nach Woolwich führen Im Postamt London Bridge setzte Holmes ein Telegramm an seinen Bruder auf, das er mich lesen ließ, ehe er es aufgab Es lautete Sehe etwas Licht in der Dunkelheit, aber vielleicht verlischt es Sende mir inzwischen per Boten in die Baker Street eine vollständige Liste aller Spione und ausländischen Agenten, die sich in England aufhalten Mit den vollen Adressen Sherlock Das dürfte uns weiterbringen, Watson, setzte er hinzu, als wir unsere Plätze im Zug nach Woolwich einnahmen Wir stehen in Mycrofts Schuld, da er uns in einen Fall eingeführt hat, der sehr bemerkenswert zu werden verspricht Auf seinem Gesicht lag noch immer der Ausdruck intensiver, hochgespannter Energie Was mir andeutete, dass er einen neuen und vielsagenden Umstand entdeckt hatte, der einen stimulierenden Gedankengang eröffnete Vergleichen Sie einen zur Fuchsjagd abgerichteten Hund mit schlaffen Ohren und hängendem Schwanz, der in der Gosse herumlungert Mit einem ebensolchen Hund, der mit leuchtenden Augen und gespannten Muskeln auf frischer Fährte läuft Dann bekommen Sie einen Begriff von der Veränderung, die Holmes seit dem Morgen durchgemacht hatte Er war ein ganz anderer als die lasche, faulenzende Figur im mausgrauen Hausrock, die noch wenige Stunden zuvor unruhig in dem von Nebel umbrodelten Zimmer umherstrich Material ist da, es gibt ein Ziel Ich muss tatsächlich stupid sein, dass ich die Möglichkeiten nicht begriff Für mich liegen Sie noch immer im Dunkeln Das Ende ist auch für mich dunkel, aber mir ist ein Gedanke gekommen, der uns weit bringen kann Der Mann ist woanders getötet worden, und seine Leiche befand sich auf dem Dach eines Wagens Auf dem Dach? Bemerkenswert, nicht wahr? Aber erwägen Sie die Tatsachen Kann es Zufall sein, dass man ihn gerade dort fand, wo die Bahn stoßend und schaukelnd über Weichen fuhr? Ist das nicht eine Stelle, wo ein auf dem Dach befindliches Objekt höchstwahrscheinlich herunterfallen muss? Die Weichen können den Dingen, die sich innerhalb des Zuges befinden, nichts anhaben Entweder die Leiche ist vom Dach gefallen, oder es handelt sich um ein sehr sonderbares Zusammentreffen Und dann die Sache mit dem Blut Natürlich konnten wir keine Blutspur auf dem Gleiskörper entdecken, wenn der Mann woanders geblutet hat Jede einzelne Tatsache birgt Hinweise in sich Zusammengenommen wirken sie überwältigend Und das Fehlen der Fahrkarte passt dazu, rief ich Genau, wir konnten ihr Fehlen nicht erklären Dies würde es erklären, alles stimmt überein Aber angenommen, es verhält sich so, dann wären wir trotzdem noch ebenso weit wie zuvor von der Auflösung des Rätsels um diesen Tod entfernt Tatsächlich wird es nicht einfacher, sondern nur seltsamer Vielleicht, sagte Holmes gedankenvoll, vielleicht Er fiel zurück in stilles Träumen, bis der Personenzug schließlich auf der Woolwich Station anhielt Dort rief er eine Droschke und zog Mycrofts Notizblatt aus der Tasche Wir haben eine ganz hübsche Besuchsrunde für den Nachmittag vor uns, sagte er Ich denke, Sir James Walter verdient als erster unsere Aufmerksamkeit Der berühmte Beamte wohnte in einer schönen Villa Grüner Rasen zog sich bis hin zur Themse Als wir ankamen, hob sich der Nebel schon und ein blasser, wässriger Sonnenschein brach durch Ein Butler erschien auf unser Leuten Sir James, Sir, sagte er mit feierlichem Gesicht Sir James ist heute Morgen gestorben Lieber Himmel, rief Holmes überrascht, wie denn? Vielleicht möchten Sie eintreten, Sir, und mit seinem Bruder Colonel Valentine sprechen Ja, das wird das Beste sein Wir wurden in einen düsteren Salon geführt Einen Augenblick später trat ein sehr großer, gutaussehender, hellbärtiger Mann von 50 zu uns Der jüngere Bruder des toten Wissenschaftlers Wilde Augen, fleckige Wangen und wirres Haar sprachen deutlich von dem plötzlichen Schlag, der das Haus getroffen hatte Er war kaum zu verstehen, als er davon sprach Es war dieser entsetzliche Skandal, sagte er Mein Bruder, Sir James, war ein Mann von sehr empfindlichen Ehrbegriffen Und eine derartige Affäre konnte er nicht überleben Sie brach ihm das Herz Er war immer so stolz auf die Leistungen seiner Abteilung Und das war für ihn ein vernichtender Schlag Wir hatten gehofft, er hätte uns einige Hinweise geben können Die hilfreich gewesen wären, die Sache aufzuklären Ich versichere Ihnen, dass der Vorfall für ihn genauso mysteriös war wie für Sie und alle anderen Er hatte noch sein ganzes Wissen der Polizei zur Verfügung gestellt An Cadogan Wests Schuld zweifelte er natürlich nicht, aber sonst war ihm alles unbegreiflich Sie können kein Licht in die Vorgänge bringen? Ich persönlich weiß nichts, außer dem, was ich gelesen und gehört habe Ich möchte nicht unhöflich sein, doch Sie werden verstehen, Mr. Holmes, dass wir gegenwärtig sehr verstört sind Und ich muss Sie bitten, unser Gespräch bald zu beenden Das ist tatsächlich eine unerwartete Entwicklung, sagte mein Freund, als wir wieder in der Droschke saßen Ich frage mich, ob das ein natürlicher Tod war Oder ob sich der arme alte Bursche nicht selbst umgebracht hat Darf man im letzteren Fall als Grund annehmen, dass er sich Vernachlässigung seiner Pflichten vorwerfen musste? Wir müssen die Frage der Zukunft überlassen Nun sollten wir uns der Familie Cadogan West zuwenden In einem kleinen, aber gut gehaltenen Haus in einer Londoner Vorstadt wohnte die hilflos zurückgebliebene Mutter Die alte Dame war vom Gram zu sehr betäubt, um uns irgendwie nützlich sein zu können Aber ihr zur Seite stand eine blassgesichtige junge Dame, die sich als Miss Violet Westbury vorstellte Die Verlobte des Toten und die Personen, die ihn in der Schicksalsnacht als letzte gesehen hatte Ich kann es nicht erklären, Mr. Holmes, sagte sie Seit der Tragödie habe ich kein Auge geschlossen Habe nachgedacht, nachgedacht, nachgedacht Tag und Nacht, was in Wahrheit geschehen sein mag Arthur war der aufrichtigste, ehrenhafteste, patriotischste Mann von der Welt Er hätte sich eher die rechte Hand abgehackt, als ein seiner Obhut anvertrautes Staatsgeheimnis zu verkaufen Es ist absurd, unmöglich, abgeschmackt für jeden, der ihn kannte Aber die Tatsachen, Miss Westbury Ja, ja, ich gebe zu, ich kann sie nicht erklären War er irgendwie in Geldschwierigkeiten? Nein, seine Bedürfnisse waren sehr gering, sein Gehalt war ausreichend Er hatte einige Hundert gespart und wir wollten am Neujahrstag heiraten Gab es keine Hinweise auf eine geistige Erregung? Bitte, Miss Westbury, seien Sie ganz offen zu uns Das rasche Auge meines Gefährten hatte eine Veränderung in ihrer Haltung registriert Sie errötete und zögerte Ja, sagte sie schließlich Ich hatte das Empfinden, dass ihm etwas im Kopf herumging Über längere Zeit? Nur etwa die letzte Woche Er grübelte und war besorgt Einmal bin ich deswegen in ihn gedrungen Er gestand ein, dass ihn etwas beschäftigte Und dass es etwas war, das mit seinem Amt zusammenhing Es ist etwas zu Bedeutendes für mich, als dass ich darüber sprechen könnte Auch mit dir nicht, sagte er Mehr konnte ich nicht herausbekommen Holmes schaute ernst drein Weiter, Miss Westbury Auch wenn es gegen ihn zu sprechen scheint, fahren Sie fort Wir können nicht sagen, wohin es führen wird Ich habe wirklich nicht mehr zu erzählen Ein oder zweimal kam es mir so vor, als wäre er an dem Punkt, mir etwas mitzuteilen Eines Abends sprach er von der Wichtigkeit des Geheimnisses Und ich erinnere mich, dass er sagte, er zweifle nicht, ausländische Spione würden viel zahlen, um es zu besitzen Das Gesicht meines Freundes wurde zunehmend ernster Er sagte, wir wären in solchen Dingen nachlässig, für einen Verräter wäre es leicht, an die Pläne zu gelangen Hat er nur in letzter Zeit solche Bemerkungen fallen lassen? Ja, nur in letzter Zeit Nun berichten Sie uns vom letzten Abend Wir wollten ins Theater gehen Der Nebel war so dicht, dass es mit einer Droschke keinen Zweck hatte Wir gingen zu Fuß und der Weg führte in die Nähe seines Amtes Plötzlich lief er los in den Nebel hinein Ohne ein Wort? Er hat etwas gerufen, das war alles Ich wartete, doch er kam nicht zurück Da ging ich nach Hause Am nächsten Morgen, nach Dienstbeginn, kamen sie nachfragen Gegen zwölf Uhr hörten wir die fürchterliche Nachricht Oh, Mr. Holmes, wenn Sie doch wenigstens seine Ehre retten könnten Sie hat ihm so viel bedeutet Holmes schüttelte traurig den Kopf Kommen Sie, Watson, sagte er Unser Weg verläuft anders Die nächste Station muss das Amt sein, aus dem die Papiere entwendet wurden Es sah schon vorher finster genug für diesen jungen Mann aus Und unsere Untersuchungen verdüstern seinen Ruf nur noch mehr Bemerkte er, als die Droschke losrumpelte Die bevorstehende Hochzeit könnte ein Motiv für das Verbrechen sein Natürlich wollte er Geld Der Gedanke ging ihm nicht aus dem Kopf, seit er davon gesprochen hatte Fast hätte er das Mädchen durch das Erzählen seines Vorhabens zu seiner Komplizin gemacht Das ist alles sehr schlimm Aber sicherlich, Holmes, zählt doch wohl der gute Ruf Wiederum jedoch, warum sollte er das Mädchen auf der Straße haben stehen lassen Und davongestürmt sein, um eine Schurkerei zu begehen Genau, es gibt gewisse Einwände Aber es ist ein schrecklicher Fall, dem wir gegenüberstehen In dem Amt empfing uns Mr. Sidney Johnson, der Bürovorsteher Mit dem Respekt, den die Visitenkarte meines Gefährten immer hervorrief Er war ein dünner, mürrischer Mann mittleren Alters mit Brille Seine Wangen waren hager und die Hände zuckten vor nervöser Spannung, in der er sich befand Das ist arg, Mr. Holmes, sehr arg Haben Sie vom Tod des Chefs gehört? Wir kommen soeben von seinem Hause Das ganze Amt ist völlig durcheinander Der Chef tot, Cadogan West tot, unsere Dokumente gestohlen Und doch waren wir, als wir Montagabend die Tür schlossen Ein ebenso leistungsfähiges Amt wie jedes andere im Dienste der Regierung Guter Gott, der Gedanke ist schrecklich Dass ausgerechnet West eine solche Sache begangen haben soll Sie sind also von seiner Schuld überzeugt? Ich sehe keine andere Erklärung Und doch hätte ich ihm vertraut, wie ich mir selbst vertraue Zu welcher Zeit ist das Büro am Montag geschlossen worden? Um fünf Haben Sie abgeschlossen? Ich bin immer der Letzte, der geht Wo befanden sich die Pläne? In dem Safe dort Ich habe sie selber hineingelegt Hat das Gebäude keinen Wächter? Doch, es gibt einen, aber der beaufsichtigt auch noch andere Abteilungen Er ist ein alter Soldat und ein höchst vertrauenswürdiger Mann Er hat an dem Abend nichts gesehen Natürlich, der Nebel war sehr dicht Vorausgesetzt Cadogan West wollte nach Dienstschluss in das Gebäude Er hätte drei Schlüssel benötigt, so ist es doch wohl, ehe er an die Papiere herankam? Ja, so ist es Den Schlüssel für die Außentür, den Schlüssel für unser Büro und den Schlüssel für den Safe Lediglich Sir James Walter und Sie besitzen diese Schlüssel? Ich besitze keine Schlüssel zu den Türen, nur den für den Safe War Sir James ein Mann von regelmäßigen Gewohnheiten? Ja, ich denke, das war er Soweit es diese drei Schlüssel angeht, weiß ich, dass er sie alle am selben Ring trug Ich habe sie oft dort gesehen Und an dem Ring nahm er sie nach London mit? Er sagte es Und Sie haben Ihren Schlüssel nie vermisst? Niemals Dann muss West, wenn er der Schuldige ist, Duplikate besessen haben Und doch hat man sie bei dem Toten nicht gefunden Etwas anderes Wenn ein Angestellter ihres Amtes die Pläne hätte verkaufen wollen Wäre es dann für ihn nicht einfacher, sie zu kopieren, statt die Originale zu entwenden, wie es hier geschah? Es wären beträchtliche technische Kenntnisse erforderlich gewesen, brauchbare Kopien herzustellen Ich nehme doch an, Sir James, West oder auch Sie besitzen solche technischen Kenntnisse? Zweifellos besitzen wir Sie, aber ich bitte Sie, mich nicht in die Angelegenheit hineinzuziehen, Mr. Holmes Welchen Nutzen hat es, dass Sie in der Richtung spekulieren, da doch die Pläne in Wirklichkeit bei West gefunden wurden? Nun, es ist gewiss außergewöhnlich, dass er das Wagnis eingegangen sein soll, die Originale mitzunehmen, wenn er in aller Ruhe hätte Kopien anfertigen können, die seinen Zwecken genauso dienlich gewesen wären Außergewöhnlich zweifellos, und doch hat er es so gemacht Jede Befragung in diesem Fall bringt etwas Unerklärliches ans Licht Bis jetzt fehlen immer noch drei Dokumente Es sind, wie ich es verstanden habe, die wichtigsten Ja, so ist es Könnte Ihrer Meinung nach jemand, der diese drei Dokumente besitzt, aber die anderen sieben nicht, ein Bruce Partington unter Seeboot konstruieren? Ich habe der Admiralität berichtet, dass dies möglich sei Aber heute habe ich die Zeichnungen noch einmal durchgesehen, und ich bin mir nicht mehr so sicher Die Zeichnungen der Doppelventile mit den automatischen Reglern befinden sich unter den wiederaufgefundenen Dokumenten Wenn das interessierte, fremde Land diese nicht selber erfunden hat, könnte es das Boot nicht bauen Natürlich würden sie diese Schwierigkeit bald überwinden Die drei abhandengekommenen Zeichnungen aber sind die wichtigsten von allen? Zweifellos Ich denke, ich werde nun mit Ihrer Erlaubnis eine Runde durchs Haus machen Mir fällt jetzt keine weitere Frage ein, die ich Ihnen stellen möchte Holmes überprüfte das Schloss des Safes, die Tür zum Raum und schließlich die eisernen Fensterläden Erst als wir uns draußen auf der Wiese befanden, erregte etwas seine intensive Aufmerksamkeit Ein Lorbeerbusch stand vor dem Fenster, und einige Zweige sahen wie geknickt oder abgebrochen aus Er musterte sie sorgsam durch die Lupe, desgleichen einige schwache, undeutliche Spuren im Erdreich Als er damit zu Ende war, bat er den Bürovorsteher, die eisernen Läden vorzulegen Und mich wies er darauf hin, dass sie in der Mitte nicht dicht schlossen Weshalb es durchaus möglich sei, von draußen zu sehen, was im Raum geschah Durch die drei Tage Verzögerung sind die Spuren zunichte gemacht worden Vielleicht sind sie von Bedeutung, vielleicht auch nicht Nun, Watson, ich glaube nicht, dass wir in Woolwich weiterkommen Wir haben nur eine kleine Ernte eingebracht Versuchen wir, ob wir in London mehr erreichen Wir vergrößerten jedoch unsere Ernte um eine Garbe, ehe wir Woolwich Station verließen Der Angestellte am Fahrkartenschalter konnte uns mit Sicherheit mitteilen, dass ihm Cadogan West Erkannte ihn vom Sehen, am Montagabend aufgefallen war Und dass er den Zug 20.15 Uhr nach London, London Bridge Station, genommen hatte Er sei allein gewesen und habe eine Fahrkarte dritter Klasse gekauft Der Beamte war verwundert über seine Aufregung und Nervosität West habe so gezittert, dass es ihm kaum gelungen war, das Wechselgeld einzusammeln Ein Blick auf den Fahrplan ergab, dass der Zug um 20.15 Uhr der erste war, mit dem Cadogan West fahren konnte, nachdem er die Dame um 19.30 Uhr hatte stehen lassen Rekonstruieren wir, Watson, sagte Holmes nach halbstündigem Schweigen Ich erinnere mich nicht, dass unter all unseren Untersuchungen, die wir gemeinsam betrieben haben, auch nur eine gewesen wäre, die so schwer in die Hand zu bekommen war Immer wenn wir ein Stückchen weiter rücken, entdecken wir, dass ein neuer Hügel zu erklimmen ist Und dennoch haben wir bereits einige merkliche Fortschritte gemacht Das Ergebnis unserer Nachforschungen in Woolwich richtet sich hauptsächlich gegen den jungen Cadogan West Durch die Spuren am Fenster gelangen wir jedoch zu einer für ihn günstigeren Hypothese Unterstellen wir zum Beispiel einmal, dass sich ein ausländischer Agent an ihn herangemacht hat Das könnte mit der Verpflichtung verbunden gewesen sein, kein Wort über die Sache zu verlieren Aber gerade dadurch wurden seine Gedanken möglicherweise in diese Richtung gelenkt, wie die Bemerkung seiner Verlobten gegenüber zeigt Sehr gut Nun wollen wir unterstellen, dass er plötzlich, als er zusammen mit der jungen Dame unterwegs zum Theater war Im Nebel denselben Agenten flüchtig zu sehen bekam und der ging in die Richtung, in der die Dienststelle liegt West war ein ungestümer Mann, schnell in seinen Entscheidungen Die Pflicht stand ihm über allem Er ging dem Mann hinterher, hielt vor dem Fenster, beobachtete, wie die Dokumente entwendet wurden und verfolgte den Dieb Auf diese Weise erklären wir den Einwand, ob ein Mensch die Originale nehmen würde, wenn er Kopien anfertigen könnte Ein Außenstehender müsste sich an die Originale halten, soweit stimmt alles zusammen Was wäre der nächste Schritt? Danach geraten wir in Schwierigkeiten Man sollte annehmen, das Erste, was der junge Cadogan West unter solchen Umständen getan hätte, wäre gewesen, den Schurken zu fassen und Alarm zu schlagen Weshalb hat er es nicht getan? Könnte vielleicht ein Vorgesetzter die Papiere genommen haben? Das würde Wests Verhalten erklären Oder womöglich ist West der Chef im Nebel entwischt und er wandte sich sofort nach London, um ihn in seiner Wohnung zu stellen Vorausgesetzt er wusste, wo die sich befand Die Angelegenheit muss sehr dringlich gewesen sein, da er das Mädchen im Nebel stehen ließ und nichts unternahm, um sich mit ihr in Verbindung zu setzen Hier wird die Fährte kalt, und zwischen jeder der beiden Hypothesen und dem Tod auf dem Dach eines Stadtbahnzuges liegenden West mit sieben der zehn Papiere in der Tasche klafft eine ungeheure Lücke Mein Instinkt sagt mir, wir sollten nun vom anderen Ende her beginnen Wenn Mycroft uns die Adressenliste übermittelt, sind wir möglicherweise in der Lage, unseren Mann zu finden, und wir könnten zwei Fährten statt einer folgen Selbstredend erwartete uns in der Baker Street eine Nachricht Ein Bote der Regierung hatte sie eilends gebracht Holmes überflog das Blatt und warf es mir herüber In dem Topf schmort ein Haufen Leute, aber nur wenige können eine so große Affäre in die Hand nehmen Von letzterem weiß man, dass er sich am Montag in der Stadt aufgehalten hat, und es wird gemeldet, er sei später abgereist Freue mich zu hören, dass du einen Lichtschimmer siehst Das Kabinett erwartet deinen abschließenden Bericht mit äußerster Ungeduld Von höchster Ebene sind dringende Ermahnungen eingegangen Du hast die gesamte Staatsmacht hinter dir, sofern du sie brauchen solltest Mycroft Ich fürchte, sagte Holmes lächelnd, da helfen auch alle Pferde und Soldaten der Queen nicht Er breitete die große Karte von London aus und hängte sich eifrig über sie Gut, gut, sagte er sogleich, und ich hörte Befriedigung aus seiner Stimme Schließlich dreht es sich doch ein wenig in unsere Richtung Also, ich glaube ganz ehrlich, Watson, wir werden es trotz allem schaffen Er schlug mir in seinem plötzlichen Anfall von Fröhlichkeit auf die Schulter Ich gehe jetzt spazieren, ich möchte nur etwas erkunden Ohne den vertrauten Gefährten und Biografen an meiner Seite nehme ich Ernstes nicht in Angriff Bleiben Sie zu Hause, und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mich in ein paar Stunden wiedersehen Wenn ich die Zeit sehr überziehe, nehmen Sie Papier und Feder und beginnen mit Ihrer Erzählung, wie wir den Staat retteten Ich fühlte, wie sein Übermut auch meine eigene Stimmung hob Denn ich wusste gut, dass er sich nicht so weit aus seiner üblichen strengen Haltung begeben würde Wenn nicht gute Gründe zu Frohlocken vorhanden waren Den ganzen langen Novemberabend wartete ich voller Ungeduld auf seine Rückkehr Schließlich, es war kurz nach neun Uhr, traf ein Bote mit einer Mitteilung ein Bin zum Dinner in Goldinis Restaurant, Gluster Road, Kensington Kommen Sie bitte sofort hierher Bringen Sie ein Brecheisen, eine Abblendlaterne, einen Meißel und einen Revolver mit Das war eine hübsche Ausrüstung für einen ehrenwerten Bürger, mit der ich auf die trüben, nebelverhangenen Straßen hinaustrat Ich verstaute alles diskret unter meinem Mantel und fuhr auf dem schnellsten Wege zur angegebenen Adresse Ich fand meinen Freund in dem prunkvollen italienischen Restaurant an einem kleinen runden Tisch nahe der Tür Haben Sie bereits gegessen? Dann leisten Sie mir bei Kaffee und einem Glas Curaçao Gesellschaft Probieren Sie eine der Zigarren dieses Hauses Sie sind nicht so giftig, wie man erwarten würde Haben Sie die Werkzeuge mitgebracht? Ich habe sie dabei, Sie stecken im Mantel Hervorragend Lassen Sie mich kurz skizzieren, was ich getan habe und einige Hinweise darauf geben, was wir jetzt unternehmen werden Es muss auch für Sie offensichtlich sein, dass der junge Mann wirklich auf das Dach des Zuges gelegt worden ist Das war klar von dem Augenblick an, als ich mich dafür entschied, dass er vom Dach und nicht aus einem Abteil fiel Kann es nicht sein, dass er von einer Brücke gefallen ist? Ich würde sagen, das ist unmöglich Wenn Sie sich die Wagendächer genau ansehen, werden Sie finden, dass sie leicht gerundet sind Und an den Rändern gibt es keine Gitter Demnach dürfen wir mit Gewissheit sagen, dass man den jungen Cadogan West dort oben platziert hat Und wie hat man das gemacht? Das war die Frage, die wir beantworten mussten Es gibt nur eine Möglichkeit Sie wissen, dass die Underground im Westend an einigen Stellen aus dem Tunnel tritt Ich erinnere mich undeutlich, dass mir beim Fahren gelegentlich Fenster über mir aufgefallen sind Nehmen Sie nun an, ein Zug hält unter einem dieser Fenster Wäre es da schwierig, die Leiche aufs Dach zu legen? Das scheint höchst unwahrscheinlich Wir sollten auf den alten Grundsatz zurückgreifen, dass, wenn alle anderen Möglichkeiten nicht zutreffen In dem, was übrig bleibt, so unmöglich es auch erscheinen mag, die Wahrheit liegen muss Hier nun haben sich alle anderen Möglichkeiten als unmöglich erwiesen Nachdem ich festgestellt hatte, dass der bedeutende internationale Agent, der soeben London verlassen hat In einer an die Underground grenzenden Häuserzeile wohnte, machte mich das so fröhlich Dass sie sich über meinen Anflug von Leichtsinn doch ein wenig überrascht zeigten Das also war der Grund Ja, ich hatte mit Mr. Hugo Oberstein aus Caulfield Gardens 14 mein neues Ziel gefunden Ich begann meine Arbeit bei der Gloucester Road Station Ein überaus hilfsbereiter Bahnangestellter schritt mit mir die Strecke ab Und gab mir dadurch Gelegenheit, mich befriedigt zu fühlen Denn ich fand nicht nur heraus, dass die Hinterfenster der Caulfield Gardens zur Underground hinausgehen Sondern entdeckte die sogar noch wesentlichere Tatsache Dass wegen einer Kreuzung mit der Eisenbahn die Züge der Underground an eben diesen Punkte häufig für mehrere Minuten halten Glänzend, Holmes, das ist die Lösung Langsam, langsam, Watson, wir machen Fortschritte, aber das Ziel ist noch fern Nun, nachdem ich die Rückseite der Caulfield Gardens kennengelernt hatte Sah ich mir die Vorderfront an und vergewisserte mich, dass der Vogel tatsächlich ausgeflogen ist Das Haus wirkt ansehnlich und die oberen Zimmer stehen unmöbliert, soweit ich es beurteilen konnte Hier wohnte Oberstein und mit ihm nur ein einziger Diener, ein wahrscheinlich enger Vertrauter Wir müssen im Gedächtnis behalten, dass Oberstein nach dem Kontinent gereist ist, um über seine Beute zu verfügen Jedoch ohne Flucht auch nur zu erwägen Er braucht nämlich eine Verhaftung überhaupt nicht zu befürchten Und der Gedanke, dass jemand aus Liebe zur Sache einen Hausbesuch veranstalten könnte, fiele ihm niemals ein Genau das ist es aber, was wir jetzt vorhaben Könnten wir nicht eine Durchsuchungsvollmacht erwirken und den Besuch damit legalisieren? Schwerlich bei diesem Beweis stand Was können wir zu finden hoffen? Wir wissen nicht, was es dort an Korrespondenz gibt Mir gefällt das nicht, Holmes Mein lieber Junge, Sie müssen auf der Straße wache stehen Ich übernehme den kriminellen Part Jetzt ist nicht die Zeit, sich mit Lappalien herumzuschlagen Denken Sie an Mycrofts Brief, an die Admiralität, das Kabinett An die erhabene Person, die auf Nachrichten wartet Wir müssen da einfach hingehen Meine Antwort bestand darin, dass ich mich vom Tisch erhob Sie haben recht, Holmes Wir müssen hingehen Er sprang auf und schüttelte mir die Hand Ich wusste, dass Sie am Ende nicht zurückweichen würden, sagte er Und für einen Moment sah ich in seinen Augen etwas wie Zärtlichkeit Wie ich es an ihm noch nie beobachtet hatte Doch dann war er gleich wieder der gebieterische, praktische Holmes Wir haben nahezu eine halbe Meile Weg Aber wir brauchen uns nicht zu beeilen Gehen wir zu Fuß, sagte er Und lassen Sie bitte das Werkzeug nicht fallen Ihre Verhaftung als Verdächtiger würde eine sehr unglückliche Komplikation bedeuten Die Caulfield Gardens war eine jener Häuserzeilen Die mit ihren langweiligen, mit Säulen und Portiken versehenen Gebäuden So auffallend die mittelviktorianische Epoche im Londoner Westend repräsentierten In der Nähe schien ein Kinderfest gefeiert zu werden Aus dem fröhlichen Gewirr junger Stimmen und dem Klaviergeklimper zu schließen Das durch die Nacht halte Noch hing der Nebel und schirmte uns durch seinen freundlichen Schatten ab Holmes zündete seine Laterne an und richtete das Licht auf die schwere Tür Die stellt eine ernste Aufgabe dar, sagte er Sie ist sicherlich verriegelt und verschlossen Wir versuchen es besser durchs Souterrain Dort gibt es einen vorzüglichen Torweg für den Fall, dass ein übereifriger Polizist sich einmischen sollte Helfen Sie mir, Watson, ich gehe Ihnen dann auch zur Hand Einige Minuten später standen wir in dem engen Raum zwischen Trottoir und Souterrain Kaum hatten wir das schützende Dunkel erreicht, als aus dem Nebel über uns der Schritt eines Polizisten zu uns drang So wie das gedämpfte Geräusch verheilt war, begann Holmes seine Arbeit an der unteren Tür Ich sah, wie er sich gebückt abmühte, bis sie mit einem harten Knall aufflog Wir sprangen in den düstern Flur und schlossen die Tür hinter uns Holmes ging vor mir die gewundene Treppe hinauf Sie besaß keinen Teppichbelag Der gelbe Lichtstrahl seiner Lampe fiel auf ein tiefgelegenes Fenster Da wären wir, Watson, dies muss es sein Er stieß das Fenster auf und wir hörten ein misstöniges, leises Rauschen, das stetig zu lautem Donner anwuchs, als ein Zug in der Dunkelheit an uns vorüberschoss Holmes führte die Laterne über den Fenstersims Er war dick mit Ruß aus den vorbeifahrenden Lokomotiven beschichtet Aber die schwarze Fläche zeigte einige Wisch- und Schleifspuren Hier sehen Sie, wo der Tote gelegen hat Hallo, Watson, was ist denn das? Ganz ohne Zweifel, ein Blutfleck Er deutete auf eine blasse Verfärbung am hölzernen Rahmen des Fensters Und hier, auf der steinernen Treppenstufe, ist auch einer Ein perfekter Beweis Bleiben wir hier, bis ein Zug anhält Wir brauchten nicht lange zu warten Die nächste Bahn stürmte wie die vorherige aus dem Tunnel Wurde dann aber unter freiem Himmel langsamer Und stoppte schließlich mit knirschenden Bremsen unter uns Vom Fenster bis zu den Wagendächern lag ein Zwischenraum von nicht einmal vier Fuß Holmes schloss sacht das Fenster Bis hierher wären wir gerechtfertigt, sagte er Was halten Sie davon, Watson? Ein Meisterstück! Sie haben nie größer dagestanden! Darin stimme ich mit Ihnen nicht überein Von dem Moment an, dass ich in mir die sicherlich nicht ganz abwegige Idee von der auf dem Dach liegenden Leiche gebildet hatte, musste alles Nachfolgende sich von selbst ergeben Wenn nicht so schwerwiegende Interessen auf dem Spiel stünden, wäre die ganze Angelegenheit bis jetzt nicht der Rede wert Die Schwierigkeiten stehen uns noch bevor Aber vielleicht finden wir hier noch etwas, das uns weiterhilft Wir waren die Küchentreppe hinaufgestiegen und betraten die Zimmerflucht im ersten Stock Einer der Räume war ein karg eingerichtetes Speisezimmer, das nichts von Interesse enthielt Ein zweiter war ein Schlafzimmer, das sich ebenfalls als unergiebig für uns herausstellte Der verbliebene Raum schien denn schon verheißungsvoller und mein Gefährte machte sich an eine systematische Untersuchung Bücher und Papiere lagen umher Offensichtlich wurde das Zimmer als Arbeitsraum genutzt Schnell und methodisch ging Holmes den Inhalt der Schubladen und Schränke durch Doch kein Erfolgsschimmer hältte sein strenges Gesicht auf Nach Ablauf einer Stunde war er nicht weiter als am Anfang Der schlaue Hund hat seine Spuren verwischt, sagte er Er hat nichts zurückgelassen, was ihn verdächtig machen könnte Die gefährliche Korrespondenz ist vernichtet worden oder er hat sie fortgeschafft Das Ding da ist unsere letzte Chance Er meinte eine kleine Geldkassette, die auf dem Schreibtisch stand Holmes öffnete sie mit dem Meißel Sie enthielt mehrere Papierrollen, die mit Zahlen und Berechnungen bedeckt waren aber es fand sich kein Hinweis darauf, was sie bedeuteten Die wiederkehrenden Wörter Wasserdruck und Druck je Quadratinch legten einen möglichen Bezug auf Unterseeboote nahe Holmes warf alles ungeduldig beiseite Nur ein Umschlag mit kleinen Zeitungsausschnitten blieb übrig Er schüttete sie auf den Tisch und sogleich erkannte ich an seinem erregten Gesicht, dass die Hoffnungen stiegen Was ist das, Watson? Hey, was ist das? Eine Serie von Botschaften aus dem Anzeigenteil einer Zeitung Nach Druck und Papier die Seufzerspalte des Daily Telegraph Die rechte obere Ecke einer Seite Keine Daten, aber Botschaften ordnen sich von allein Dies muss die erste sein Hoffte früher zu hören Bedingungen zugestimmt Schreiben Sie ausführlich an die auf der Karte angegebene Adresse Pierrot Jetzt die nächste Zu komplex als Beschreibung Benötige vollständigen Bericht Stoff erwartet Sie nach Lieferung der Ware Pierrot Dann folgt Angelegenheit drängt Muss Angebot zurückziehen, wenn Kontrakt nicht abgeschlossen Treffen Sie brieflich Verabredung Werde per Annonce bestätigen Pierrot Schließlich Montagabend nach neun Zweimal klopfen Nur wir Seien Sie nicht so misstrauisch Barzahlung nach Lieferung der Ware Pierrot Ein ziemlich vollständiger Bericht, Watson Wenn wir nur den Mann am anderen Ende zu fassen kriegten Er saß gedankenverloren Trommelte mit den Fingern auf den Tisch Schließlich sprang er auf Nun, vielleicht ist das nach allem gar nicht so schwierig Hier bleibt nichts mehr zu tun, Watson Ich denke, wir sollten bei der Redaktion des Daily Telegraph vorbeifahren Und auf die Weise ein gutes Tagewerk zum Abschluss bringen Mycroft Holmes und Lestrade kamen auf Einladung am nächsten Morgen nach dem Frühstück Und Sherlock Holmes erzählte ihnen von den Fortschritten, die wir am Tage zuvor gemacht hatten Der Polizist schüttelte den Kopf wegen des von uns eingestandenen Einbruchs Wir von der Polizei dürfen uns solche Dinge nicht leisten, Mr. Holmes, sagte er Kein Wunder, dass Sie Ergebnisse erzielen, die die unseren übersteigen Aber eines Tages werden Sie zu weit gehen und mitsamt Ihrem Freund in Ungelegenheiten geraten Alles für England, unsere schöne Heimat Wie, Watson? Märtyrer auf dem Altar unseres Landes Was meinst du, Mycroft? Hervorragend, Sherlock Bewundernswert Aber wie willst du die Tatsachen verwenden? Holmes nahm den Daily Telegraph, der auf dem Tisch lag Hast du Pierros heutige Annonce gelesen? Was, wieder eine? Ja, dies ist sie Heute Abend Gleiche Stunde Gleicher Ort Zweimal klopfen Höchst wichtig Ihre Sicherheit steht auf dem Spiel Pierrot Heiliger Bim Bam, rief Lestrade Wenn er darauf reagiert, kriegen wir ihn Genau das war mein Gedanke, als ich die Annonce einrücken ließ Ich denke, wenn du, Mycroft, es einrichten könntest Und auch sie, Lestrade, uns um 20 Uhr in die Caulfield Gardens zu begleiten Könnten wir möglicherweise der Lösung etwas näher kommen Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von Sherlock Holmes War die Fähigkeit, das Hirn außer Betrieb zu setzen Und alle Gedanken auf Leichteres zu richten Wenn er überzeugt war, dass er im Moment nicht weiter vorankomme Ich erinnere mich, dass er sich jenen ganzen denkwürdigen Tag über Einer Monografie über die polyphonen Motetten von Lassus hingab Ich besaß die Fähigkeit, mich dermaßen abzulenken, nicht Und der Tag schien mir folglich endlos Die große nationale Bedeutung des Falles Die bange Erwartung, die man in hohen Kreisen hegte Die Frage, wie das bevorstehende Experiment verlaufen würde All dies machte meinen Nerven zu schaffen So bedeutete es für mich eine Erleichterung, als wir schließlich nach einem leichten Dinner zu unserer Expedition aufbrachen Lestrade und Mycroft trafen wir verabredungsgemäß an der Gloucester Road Station Die Sutterantür von Obersteins Haus war am Abend zuvor offen geblieben Und als Mycroft Holmes sich entrüstete und entschieden weigerte, das Geländer zu überklettern Musste ich den Weg allein machen und die Haustür öffnen Gegen 21 Uhr saßen wir alle in dem Arbeitszimmer und warteten ruhig auf unseren Mann Eine Stunde verstrich und dann noch eine Als es elf schlug, war es, als Stimme der gemessene Schlag der großen Kirchenglocke, den Grabgesang unserer Hoffnungen an Lestrade und Mycroft rutschten nervös auf ihren Stühlen hin und her und schauten jede Minute zweimal zur Uhr Holmes blieb still und gesammelt Die Augen hielt er halb geschlossen, aber seine Sinne waren angespannt Plötzlich durchfuhr ihn ein Ruck und erhob den Kopf Er kommt, sagte er Draußen ging jemand auf leisen Sohlen an der Tür vorbei Dann kam er zurück Wir hörten ein Scharren und dann das zweimalige laute Pochen des Türklopfers Holmes erhob sich und bedeutete uns, sitzen zu bleiben Die Gaslampe in der Halle spendete kaum Licht Holmes öffnete die Haustür und als die dunkle Gestalt an ihm vorbeigeschlüpft war, drückte er sie wieder zu und verschloss sie Hier entlang, hörten wir Holmes sagen und einen Augenblick später stand der Mann vor uns Holmes ging dicht hinter ihm und als der Fremde sich mit einem Schreide Überraschung und Bestürzung zur Tür umwandte, packte er ihn beim Kragen und stieß ihn ins Zimmer zurück Bevor unser Gefangener die Fassung wiedergewinnen konnte, war die Zimmertür geschlossen und Holmes stand mit dem Rücken davor Der Mann blickte hilflos um sich, schwankte und stürzte besinnungslos zu Boden Dabei fiel ihm der breitrandige Hut vom Kopf, der Schal rutschte vom Mund und wir erkannten den langen, blonden Bart und die sanften, hübschen Züge von Colonel Valentine Walter Holmes pfiff überrascht Sie können mich diesmal als Esel beschreiben, Watson, sagte er Dies ist nicht der Vogel, den ich erwartet habe Wer ist es? fragte Mycroft eifrig Der jüngere Bruder des verstorbenen Sir James Walter, des Hauptes der Unterseebootabteilung Ja, ja, ich weiß jetzt, wie sich das Spiel entwickelt hat Er kommt zu sich Ich denke, sie überlassen das Verhör am besten mir Wir hatten den leblosen Körper auf Sofa gelegt Nun richtete sich unser Gefangener auf Blickte mit angstverzerrtem Gesicht umher und fuhr sich mit der Hand über die Stirn Wie jemand, der glaubt, seinen Sinnen nicht trauen zu können Was sehe ich? fragte er Ich bin gekommen, um Mr. Oberstein zu besuchen Wir wissen alles, sagte Holmes Wie sich jedoch ein englischer Gentleman so verhalten kann, geht über meine Fassungskraft Wir wissen um ihre ganze Korrespondenz und ihre Beziehungen zu Oberstein Auch um die wirklichen Umstände, die zum Tod des jungen Cadogan West geführt haben Ich rate Ihnen, sich wenigstens das bisschen Kredit durch Reue und Geständnis zu verdienen Denn es gibt noch einige Einzelheiten, die wir nur aus ihrem Mund erfahren können Der Mann stöhnte und barg das Gesicht in den Händen Wir warteten, er aber blieb schweigsam Ich kann Ihnen versichern, sagte Holmes, alles Wesentliche ist schon bekannt Wir wissen, dass Sie Geld brauchten Sie haben Abdrücke von den Schlüsseln Ihres Bruders gemacht Sie traten mit Oberstein in Korrespondenz Und der beantwortete ihre Briefe über die Annoncenseite des Daily Telegraph Sie sind am Montagabend im Nebel zum Amt gegangen Aber der junge Cadogan West, der wahrscheinlich einige Gründe hatte, Ihnen zu misstrauen Erkannte und verfolgte sie Er beobachtete ihren Diebstahl Konnte aber nicht Alarm schlagen, weil es auch möglich war Dass Sie die Papiere zu ihrem Bruder nach London bringen sollten Als guter Bürger stellte er seine Privatangelegenheiten hintan Folgte ihnen durch den Nebel und blieb ihnen auf den Fersen, bis sie vor eben diesem Haus anlangten Da griff er ein Und da, Colonel Walter, fügten sie dem Verrat das noch fürchterlichere Verbrechen des Mordes hinzu Das habe ich nicht getan Das habe ich nicht getan Ich schwöre bei Gott, dass ich es nicht getan habe Schrie unser nichtswürdiger Gefangener Dann erzählen sie uns, wie Cadogan West zu Tode kam, bevor sie ihn auf das Dach eines Stadtbahnwagens legten Das werde ich tun Ich schwöre Ihnen, ich werde es tun Das andere habe ich getan Ich gestehe es Es war, wie Sie sagen Schulden an der Wertpapierbörse mussten bezahlt werden Ich brauchte das Geld dringend Oberstein bot mir 5000 Ich musste mich vor dem Ruin retten Aber an dem Mord bin ich so unschuldig wie Sie Was hat sich zugetragen? Er hegte bereits Verdacht Und er folgte mir, wie Sie es beschrieben haben Mir war nichts aufgefallen, bis ich hier vor der Tür stand Der Nebel war dicht Man konnte nicht drei Yard weit sehen Ich hatte zweimal geklopft Und Oberstein war zur Tür gekommen Da stand der junge Mann plötzlich vor mir Und wollte wissen, was wir mit den Papieren vorhätten Oberstein besitzt einen Totschläger Er trug ihn immer bei sich Als sich West nach uns ins Haus drängte Schlug Oberstein ihn auf den Kopf Es war ein schrecklicher Schlag Innerhalb von fünf Minuten war der Mann tot Da lag er nun in der Halle Und wir wussten uns keinen Rat Dann kam Oberstein der Gedanke an die Züge Die unter seinem Hinterfenster halten Aber zuerst prüfte er die Papiere Die ich mitgebracht hatte Er sagte, drei seien wesentlich Und die müsse er behalten Ich kann sie ihnen nicht überlassen Sagte ich Es wird einen furchterlichen Aufruhr in Woolwich geben Wenn ich sie nicht wieder an ihren Platz lege Ich brauche sie, sagte er Sie sind technisch so kompliziert Dass man unmöglich schnell Kopien abnehmen kann Dann muss ich sie eben alle heute Abend noch zurückbringen Er dachte ein Weilchen nach Und dann rief er, er habe die Lösung Die drei bleiben bei mir, sagte er Die anderen stopfen wir dem jungen Mann in die Tasche Wenn sie ihn finden, wird das ganze Geschäft bestimmt seinem Konto zugeschrieben werden Ich sah keinen anderen Ausweg Also handelten wir, wie er es vorgeschlagen hatte Wir warteten eine halbe Stunde an dem Fenster, bis ein Zug stoppte Es war so neblig, dass kein Mensch etwas bemerkte Und es war nicht schwierig, Wests Leichnam auf das Wagendach hinunterzulassen Das war das Ende der Sache, soweit ich mit ihr zu tun habe Und ihr Bruder? Er sagte nichts, obwohl er mich einmal mit seinen Schlüsseln erwischt hatte Aber ich glaube, er verdächtigte mich Ich las es in seinen Augen, dass er mich verdächtigte Wie Sie wissen, hat er sich nicht mehr von dem Schlag erholt Im Zimmer war es still geworden Da meldete sich Mycroft Holmes Können Sie nicht etwas wieder gut machen? Es würde ihr Gewissen erleichtern und möglicherweise die Strafe verringern Was könnte ich wieder gut machen? Wo ist Oberstein mit den Papieren? Ich weiß es nicht Hat er Ihnen keine Adresse angegeben? Er sagte, dass ihn eventuell Briefe an das Hotel du Louvre in Paris erreichen würden Dann läge Wiedergutmachung noch in Ihrer Macht, sagte Holmes Ich will alles mir Mögliche versuchen Ich schulde dem Burschen keine besondere Rücksicht Er ist mein Ruin und mein Untergang Hier sind Papier und Feder Setzen Sie sich an den Tisch und schreiben Sie, was ich Ihnen diktiere Adressieren Sie das Kuvert So ist es recht Nun der Brief Mein lieber Herr Aber es würde Aufsehen erregen, wenn ich gegenwärtig das Land verließe Deshalb erwarte ich Sie am Samstagnachmittag im Rauchzimmer des Hotels Charing Cross Vergessen Sie nicht, nur englische Banknoten oder Gold werden von mir akzeptiert Das reicht Ich wäre sehr überrascht, wenn das unseren Mann nicht in die Falle lockte Und es reichte wirklich Es ist eine geschichtliche Tatsache Der Geheimgeschichte einer Nation, die oft bedeutender und interessanter ist als die öffentlichen Chroniken Das Oberstein in dem Bestreben, den Coup seines Lebens zu vervollständigen Den Köder nahm und für 15 Jahre im Gewahrsam eines britischen Zuchthauses verschwand In seinem Koffer fand man die unschätzbar wertvollen Bruce Partington Pläne, die er aufgehoben hatte Um sie in den Marinezentren Europas zum Höchstpreis anzubieten Colonel Walter starb gegen Ende des zweiten Jahres nach seiner Verurteilung im Gefängnis Und was Holmes angeht, so begab er sich mit neuen Kräften wieder an seiner Monografie Über die polyphonen Motetten von Lassus, die er dann auch im Selbstverlag herausbrachte Und von der Experten sagen, sie seien das letzte Wort auf diesem Gebiet Einige Wochen nach den geschilderten Begebenheiten erfuhr ich zufällig, dass mein Freund für einen Tag in Windsor gewesen Und von dort mit einer ausnehmend schönen smaragdenden Krawattennadel zurückgekommen sei Als ich ihn fragte, ob er sie gekauft habe, antwortete er, sie sei ein Geschenk einer gewissen hultvollen Dame In deren Interesse, einen kleinen Dienst zu erweisen, er sich einmal habe glücklich schätzen dürfen Mehr sagte er nicht Aber ich stelle mir vor, ich könnte den erhabenen Namen der Dame erraten Und ich zweifle kaum, dass die Smaragdnadel im Gedächtnis meines Freundes für immer mit den Abenteuern um die Bruce-Partington-Pläne verbunden sein wird Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020